Wie hoch der wirtschaftliche Schaden für ihn sein wird, kann Strenger noch nicht sagen. Für 10 Tage hatte er 5 Helfer engagiert, um einen Messestand auf- und wieder abzubauen. Er will heute aufs Gelände kommen, um den Kunden zu erledigen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020